Was ist die Leistungsversprechung? Dann würde ich die unterteilen wollen. Es gibt für mich Basisfaktoren. Das sind Dinge, die man einfach mitbringen muss und davon haben wir auch viele. Ganz wichtig für mich ist aber ein entsprechendes Produktprogramm mit einer entsprechenden Produktbreite für Mannfilter von 97% in Europa, einer sehr hohen Lieferfähigkeit, die bei uns nahezu bei 100% liegt und entsprechende Logistikdienstleistungen, die wir anbieten, um den Kunden unsere Produkte zu bringen. Darüber hinaus gibt es für mich Performance-Parameter, wo wir eine sehr gute Leistung bringen. Und ganz wichtig hier zu nennen wäre für mich beispielsweise das Mannfilter-Katalogsystem, das verschiedene Facetten hat, von einem klassischen Print-Katalog über einen CD-ROM-Katalog, der übrigens tagesgenau aktualisiert werden kann, über einen Online-Katalog. Selbst auf einer App ist er verfügbar. Wir bieten eine Reihe von Marketing-Support-Funktionen, Verkaufsförderungsaktivitäten und das beginnt bei allen möglichen Aktivitäten am Point of Sales, geht über klassische Werbemittel und geht dann auch vom Flyer bis zur Hausmesse, die wir unserem Kunden anbieten. Daten sind hier wichtig und so sind wir auch im Rahmen Tech-Doc zertifizierter Datenlieferant für unsere Filter. Wo sind wir denn ganz besonders gut? Was sind Highlights, die ich hier herausgreifen möchte? Da ist für mich ganz wichtig zu nennen das Customer Service Center mit einer nachgelagerten Second-Level-Export-Line, wo wir technische Kundenfragen detailliert beantworten und das sind durchaus bis zu 2000 Stück im Jahr. Wir haben eine Vielzahl von Aktivitäten, die wir unserem Kunden online zur Verfügung stellen, von Markenkommunikation über Facebook oder YouTube. Wir bieten Trainingsmöglichkeiten mittels einer Mannfilter-Academy und wir informieren unsere Kunden über entsprechende Online-Newsletter. Wir helfen unseren Kunden dabei, unsere Produkte zu verstehen, richtig einzusetzen über Produktschulungen und wir helfen ihnen auch Umsatzpotenziale zu heben durch entsprechendes Sales-Training. Abgerundet, umrahmt wird das Ganze letzten Endes durch ein professionelles Vertriebsteam. Das macht für mich Perfect Service im Ganzen aus. Das macht für mich Perfect Service im Ganzen aus.